Opa, komm! Yippie! Yippie! Geil! So, hierfür haben wir jetzt keine Werkzeuge mehr. Jetzt fehlt wieder Holz. Oh Mann. Und du, hast du es geschafft, besetzt zu werden? Ja, dann können wir... Einen langen, langen, langen Weg bauen. Und hier eigentlich nochmal einen Geologen hinsetzen. Wie schaut es denn hier aus? Fisch, Fleisch, kommt alles, ne? Läuft bei dir. Du wirst voll sein, weil du keine Baumstämme hast. Dich habe ich eh gleich mal angehalten. Jetzt kriegt man aber gleich wieder ein paar Baumstämmchen. Und du bist besetzt. Geil! So. Landverbindung hergestellt und auch hier einen... Geologen, bitte! Fehlt Werkzeug, ne? Das ist alles nicht besetzt. Ist aber eh no, nice to have? Okay. Bitte keine Fernkämpfer. Zack. Genauso wie hier. Lalalala. Hast du dann... Ach ne, Militär kann das Lagerhaus gar nicht einlagern. Ähm, das muss zurück. Gut, das könnte wenigstens schwimmen. Oh, ihr schwimmt ja nicht mal. Komm, mach. Schwertis, los. Das sind schon echt krank lange Laufwege jetzt. Ach ja. Nahwüterich, alte Socke. Das geht ab. Ritual der wanderndsten Grenzsteine. Temporär um fünf Felder vergrößert. Wir sehen, ob wir Wüsten überqueren. Aha. Brauche ich wahrscheinlich noch. Käse. Jetzt brauchen wir erstmal wieder Holz. Gott, Holzfäller. Du weißt gar nicht, wie wichtig du bist. Das Ding ist... Kriege ich ihn überhaupt noch besetzt? Kacke, ne? Ich kriege ihn gar nicht mehr besetzt. Doch. Er ist... Er ist besetzt. Er ist nicht besetzt. Wie kannst du dann bei 45% sein? Arsch. Ähm... Geil. Jetzt geht das wieder los. Ich müsste also... ...erst mal verhindern. Die müssen wir ja nicht mal abreißen, dass... ...hier welche reingehen. Jetzt kurz überlegen, was haben wir noch alles gebaut? Hier oben. Gedöns, du bist besetzt. Geologe. Kann man vielleicht noch irgendwo einen Geologen wegreißen? Ja, aber hier kommen wir richtig gut voran. Ja, wir müssen irgendwas abreißen. Also dann trennen wir uns wieder von dem Brunnen. Temporär. Und... ...auch von der Fischerhütte. Gebt mal Werkzeuge frei. Du bist besetzt? Okay. Ziegelfarmen könnten wir auch abreißen. Machen wir aber nicht. Ziegelfarmen. Zieglerei. So, ihr könntet doch jetzt direkt hier die Werkzeuge abgeben. Tut ihr aber nicht. Warum nicht? Warum nicht? Wo habt ihr euch denn hin verzogen? Oh, Leck. Ich hab so viele Fischerhütten gebaut. Die sind bestimmt auch alle nicht bisher... Oh, oh. Endlich treffen wir aufeinander, Hatschibshut. Nun geht es dir an den Kragen. Also entweder zaubert ihr jetzt ein riesiges Heer Schwertkämpfer aus dem Ärmel, oder ihr müsst ganz hurtig eine Friedenszeitopferung beginnen. Wer seid ihr eigentlich, dass ihr es wagt, mir Vorschriften zu machen? Ich bin eine große ägyptische Herrscherin, die selbst genau weiß, dass die Friedenszeitopferung ein sehr kluger Schachzug ist, wenn man genügend Edelsteine besitzt. So. Wir siegen den Stamm der Apachen. Was ist der Apap-Dofi? Dofi? Um nicht ins Kreuzfeuer zu geraten, um den Wettbewerb schneller zu beenden. Wo sind die denn? Wo habe ich die entdeckt? Warum? Wieso? Wo denn? Da unten. Okay. Mein Gott, wie schlimm. Ich könnte hier... Wir könnten... Wir kommen oben nicht vorbei, ne? Ach, wir machen eben mal gar nichts. Hauptsache der Holzfäller wird jetzt besetzt, verdammte Axt. Und ja, ich zauber ein paar Schwertkämpfer aus dem Hut, keine Sorge. Null. Warum null? Null. Also, die Produktion müsste doch reisen. Null. Wird alles weg produziert. Und hier ist... Milch ist da. Und zwar jede Menge genug. Statistik Militär Was sehen wir hier? Im Krieg Bin mit dem Weißen gar nicht im Krieg Ist das meine Militärstatistik? Gelb Ah ne, Region Hier haben wir es, Militär Siedler waren militärische Stärke Ja, wir steigen Der Witterich ist gar nicht so gut So So, so, so Holzi, äh, Holzi Fischer Seid ihr echt alle besetzt? Oh, ist das traurig Können wir uns eigentlich irgendwie Holz herzaubern? Ritual Flaute Grenzsteine Schildwall Speers Ges göttlichen Friedens Kult der Schnitzelbeschwörung Das hört sich doch geil an Lehmziegel erzeugen Aha Temporär Nein Nein Scheiße Das war's Ich reib die Ziegel Jetzt hier auch ab Komm, Holzi Wer hat Holzfäller? Bistus? Bistus? Merkzeug Äh, was Geologe? Ernsthaft? Wow Also reißen wir noch irgendwas ab Das wird jetzt temporär wieder ein Brunnen Weil ich richtig vermutet habe Ich habe Wasser überhaupt Kommt jetzt einer? Ja Jetzt kommt einer Was ein Scheiß So, jetzt kann ich hier schon kein Gebäude mehr bauen Das hat Matt schon weiß weggenommen Cool Dann Kann ich ja nur noch probieren nach hier oben zu expandieren Und hier einen Steinbruch setzen Ja komm Dann verbinden wir es halt so Was soll's Wir könnten Hier noch so einen kranken Weg hinbauen Oh nein, zeig es nicht Nee, es wird besetzt Könnt man Gold finden Geil, hier sind auch Diamanten Äh, Edelsteine Nett Hab ich aber keine Nahrung für So Holzfäller Du weißt gar nicht Wie wichtig Dieser Baumstamm ist Jetzt bauen wir es einfach wieder auf Hier war eine Hier war eine Fischerhütte Hier war Lehm Hier war Wasser Okay Wie viele Bäume findest du denn? Eins, zwei Naja Naja Und hier so Können wir überhaupt noch irgendwo hin expandieren Das war's Also dich können wir auf jeden Fall wieder abreißen Du kannst auch wieder ein Werkzeug freigeben Ciao Und wenn du nur Kohle findest Ist hier oben noch irgendwo Berg Ja 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 Nur Kohle Also ciao Werkzeug freimachen Komm Ach ja Schön Nicht Ich befürchte ich komme jetzt hier nicht mehr weiter Die Steine wegmachen Wird mich auch nicht weiter bringen Und du hast jetzt schon ein Holzproblem Wenn ich wenigstens aus einem Baumstamm zwei Werkzeuge kriegen würde Komm Da kannst du es doch in der Mitte durchsägen Der ist lang genug Wo willst denn du hin Okay Macht voll Gehen echt viele rein Bei den Ägyptern Waffenproduktion läuft Waffenproduktion läuft Habe ich eigentlich noch mehr Eisenbergwerke irgendwo Hier wären noch zwei Aber mehr haben wir auch nicht So Und die Schiffverbindung für hier Die haben wir irgendwie auch nicht entdeckt Vielleicht kommt sie hier noch Wo bleibt eigentlich die Einheit Hallo Nichts Aber alles was ich produziere Geht gleich irgendwo militärisch hier an die Front Oder vielleicht hier rein Bogenschützen Nichts Bogenschützen Schwertkämpfer Hab keine Bogenschützen Oder hab ich vielleicht doch welche Sag mal nein Vier Holz kommen Vier Werkzeuge Eins Zwei Drei Vier Fünf Scheiße Den hast du noch weggefällt Kannst du nicht auch da runterlaufen Oh nein Er steht vor seiner Tür Ich reiß dich mal trotzdem noch nicht ab Weil den Hammer reservieren wir für weitere Bäume Die wir vielleicht noch irgendwo finden Alter Lass mal wieder irgendwas opfern Kostet mich Werkzeuge Mach mal nicht Lässt sich Fleisch erzeugen Das Könnten wir mal tun Forscht mal Macht mal irgendwas Also die erste Stunde lief echt gut Jetzt wird es wieder zäh Jetzt hat der hier ja auch schon kein Werkzeug Der Steinbruch Oh Mann Geologen haben wir alle weggerissen Fragezeichen Könnte natürlich wieder auf Fischer verzichten Und ich muss die Produktion hier nicht Ach die war eigentlich Komm Wir lassen das hier mal Bis auf weiteres Wir haben die Werkzeuge einfach nicht Punkt Brunnen fertig Aha Kommt einer Ja Kommt einer Und du Kriegst du auch einen Nö Da fehlt es schon Käserei Wo Kommt jemand Ja Okay Boah geil Käse Yeah Was brauchst du Salz Wie schaut es denn hier aus Braucht Brot und Fleisch Also ein bisschen Salz sollten wir haben Komm mal Grenzverlust Oh oh Ich glaube nicht Rot ist mein Problem Er weiß Sollte ich vielleicht An eine Burg denken Mit Katapult Denn Boah mal was sinnvolles Ich hoffe Katapult braucht nicht auch Werkzeug Na klar braucht es Werkzeug Oh Mann Bring doch mal Militär jetzt hier hoch Ja Wachhütte Geil Bäume Wie komm ich da hin Gar nicht erstmal Scheiße Kann ich Wenn ich hier dir einen Weg baue Kannst du da nicht mit als Holzfäller Vielleicht Diese Aktion hier bringen Maybe Und hier drüben könnten wir eigentlich schon wieder ein Lagerhaus bauen Braucht das auch ein Werkzeug Lagert ihr irgendwas ein Nö So So Wie sie sehen Sehen sie nix Die Frage ist Die Frage ist Wenn ich hier eine Burg hinbaue Kann dann der Wüterich mich wieder angreifen Und warum läuft das so lange Langsam Ja ich sollte eigentlich noch eine Eisenschmelze bauen Und noch eine Schmiede Ist klar Scheiße Scheiße Boah das wär mit nem größeren Aber da ging nix anderes hin Da ging doch nix anderes hin Oder Reiß mir nochmal ab Klingt ja nix Weg Weg Ah ne Die hätte hier rum müssen Ist das eigentlich eine Hauptquest Bezwinge die Wüste ist nur eine Nebenmission Okay dann scheiß drauf Und das hier ist auch wieder super scheiße gelaufen Fehlt es noch irgendwo Werkzeug Natürlich Also jetzt resten wir den Holzfäller ab Es gibt ein Werkzeug Und die Katapulte können wir uns eigentlich direkt schenken Denn die brauchen ja Werkzeug Dann wird mit dem Werkzeug jetzt die Bäckerei besetzt Okay Ist so Heißt aber Uns fehlt wieder Werkzeug Für Den Holzfäller Den neuen Mal ganz zu schweigen Von dem Geologen da oben Schon ziemlich kacke Halt mal Hier steht noch im Geologe Du kannst weg Dich brauchte hier niemand Und das Eisenbergwerk Möchte ich eigentlich nicht hergeben Mach mal Wege wieder weg So So Es könnte halt sein Wenn die Bäume weg wären Dass ich da nicht was hinbauen könnte Aber das wäre ja natürlich Ehe voll kacke Weil voll knapp an dem dran So Dann schickt man ein bisschen Militär hier hin Was können wir denn noch tun? Wir müssen gucken, dass wir hier oben vorankommen Es hilft alles nichts Geologe Wirst besetzt Schön Und Du Wirst auch besetzt Schön Was ist auch der da? Fleisch Ich glaube, so viele Tiere rum Können nicht hier eigentlich auch einen zweiten Jäger hinbauen Ohne Werkzeuge sowieso nicht Aber Theoretisch So Ich kann nicht mal einen Aussichtsturm bauen Weil das braucht ja auch Werkzeug Im neuen Siedler ist das mit den Werkzeugen übrigens ähnlich wie hier, ne? Hoffentlich gibt es da mehr Ressourcen So, kommt einer? Nein Kommt keiner Das warten wir aber trotzdem noch geschwind den Geologen ab Geschwind Jetzt sag ich schon geschwind und quasi meine Lieblingswörter Eine Oh, wurde erforscht Fleisch erzeugt Macht mal Wird schon irgendwelche Minen guttun Hier zum Beispiel Und hier unten auch Weil wir ja Fisch haben sollten Sogar Kohle Sogar Gold Cool Und das produzierte Militär geht nach wie vor Vollgas An die Front Gold Gold Nein Sag bloß Wieso kann ich hier keine Mine hinbauen? Opa, komm Yippie Yippie Geil Geil